hallo herzlich willkommen hier zu einer weiteren mini games und zwar spiele ui t also ui tc also ui tc das ist ähm ihr kennt ja alles ist mini spiel vielleicht geht es los match beginnt in 31 ja ich habe zwei thema für euch was schon richtig viel auf youtube sowie die youtube videos gesagt von gomme habe ich irgendwie gehört ja und dich und ich schreck diese scheiß ach komm ich ja das ist gereicht nein was nein 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 du war hey kommen ich hasse das achte schalte stehst du da blöd du weg da deines tier barm tot barm autos hier das hätte gezählt 4 zu 3 ich hatte da kommt ich habe mich aber ich treffe diese falle nicht okay wenn wir mal über das thema du kriegst mich nicht und und er kommt es ist nicht wahr ich mache jetzt da war ja danke nein ach du scheiße alter für ach du scheiße lalalala lalalala was ach du scheiße das ist doch okay hat er nicht geschafft hat er nicht geschafft aber jetzt niemals alter what the fuck ich muss ich muss einen willkommen nein nein es komme ich zu bekannten es kann ich mal sein das kann ich mal sein ach mensch hey ja gut okay okay war das war gut war das war gut das war scheiße aber zweiter platz noch drei okay jawohl das war nice ich habe gewusst jawohl nein nein was ich jetzt zu einer thema reden wollte ist das komme dass er komme jacob ad der hat sich kurz gezeigt wo er war hier die tür auf macht und dann sieht man ein spiegel und man sieht hier das zeichen von koma ad also sein gesicht also sein gesicht aber ganz weit hinten steht das spiegel so ganz weit und man sieht bisschen kommen wieder jetzt also er wurde so richtig gezeigt schon schon ein bisschen bei koma ad ja dieser komme diese komme wird schon richtig bisschen gezeigt und deswegen hat er das geschnitten ja das war nicht ein bisschen doof dass er gestritten hat erzten wieder noch noch geschneidet gott erzten wieder geschneidet und deswegen komm her komm her komm her komm her komm down dann ich komme fließt alle die beim dreifach schon sogar ja dreifach da da ko ja 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 ich bin ganz freut das gomme hat noch zu glück noch gestütten noch die videos nicht aber ich glaube alle haben das gesehen dass sich nur kurz gezeigt hat es ist ja halt dass man sieht das komme nicht schlecht aussehen wenn er sich also sich kurz zeigte sie schon wieder und ich glaube er muss sich zeigen weil letztendlich das sind eine perfekte millionen aber nennen oder ein triaden aber nennen dann eine millionen aber dann hat er ja eine millionen hat er und und jeder weiß was zum nein 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 das geht's nicht das geht's nicht jetzt reicht es mir ich kann nicht mehr mit euch komm her kommen wir sehen dich wichtig 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 nein 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 ja mein gott oh mein gott oh mein gott aber nach der weg nein das kann nicht sein das kann nicht sein nein Das war der Arschloch. Oh. Hä? Ah, komm, ich kann doch nicht mehr hertreten. Bam. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Du. Du, 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 ach komm, ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier. Mann, das ist wieder alles nur Scheiße, mini-Geld, ne? Jedes Mal, wenn ich hier irgendwie getroffen werde, werde ich nur... Jedes Mal daneben getroffen, ne? Das ist nicht wahr. Komm her, komm herz. Hier, hier, hier bin ich. Hier, nein, 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 nein. Ey, komm, das ist aber bis jetzt scheiße, ne? Ja, schon zwei. Ich bin der dritte. GG, kann ich nicht zufrieden sein. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum nächsten Thema. Weil viele... Nein, ich muss noch kurz sagen. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Siehst, ähm... Adi, ne? Komm her, komm her. Komm her, siehst. Oh, der könnte sie wieder da. Also, jetzt ich zeige dich mal lieber, weil... Ich glaube, viele... Wie Leute wissen, dass viele Mächten... beikommen mehr zeigen das ist der punkt was ich noch muss so tun und ja kommt jetzt den nächsten thema ihr habt es vielleicht in news oder alles gesehen ich spreche mal ganz kurz es gab jetzt mal vor fünf jahren da hat petro und sarah waren die zusammensuche jahre und als ich das jetzt erfahren habe dass heute die beiden verreist sind also wird sich getrennt haben so gesehen ja die beiden paare haben sich getrennt und ich weiß nicht was ich dazu sagen soll also ich nein ich weiß nicht was ist dass ich habe ich keinen bock auf die treize da stehen wieder nur wieder zwei leute die ich mir einen auf den sack gehen und ich habe bock nein ach komm ich habe keinen bock mehr ja die beiden haben sich getrennt seit fünf jahren und ich finde das ein bisschen traurig weil jeder schon merkt das ist ein bisschen schade dass die beiden sich ernst und ich habe gesagt das hat er verdient das hat er verdient packt 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 danke so und jetzt kommt der nächste das war nicht geplant das war nicht gemacht aber der plan war gut der plan war gut das war ja nein du kriegst mich aber nicht mit mir du sieger alter schwänz war ja alter die bei kommen was ist es was als wenn die beiden nicht jetzt gekommen okay ah okay at what the fuck I it's a little I don't Barm Tod der nächste kommt der nächste kommt der nächste K wo sind die beiden Warte mal die beiden sind schick Barm Tod alle beide hohoho das war jetzt aber ein bisschen wies kampf oder nicht du wirst Barm Tod Barm Tod ich kann mich freuen wer ist jeder war ha 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 9 9 und so jetzt kann mich keiner hier stoppen ja das war es mit dem thema jetzt werde ich hier ein bisschen nämlich konzentrieren alte die beiden stecken jedes mal da wo er hat die beiden kommt einfach aus nix ich sehe das sind gerade weil die jemann anhaben gehen und ich weiß nicht wie aber ich kann die beiden kämpfen sich gerade und schmeißt was alle beide gedauert alle beide gedauert e e e e lala ich will das gut das ist fuck nein 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 nö 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 schlacht jedes mal dass ist ja blöd und du bist es wo sind die Preise sind so weiter sie oh mein Gott das einfach wisse zu blöd ich muss jetzt werden ich muss jetzt hören verdammt also wie die schon allein schon weiter heute bitte mich verarschen wird will sie mich jetzt verarschen oh mein gott das ist doch nicht euer ernst das ist ja euer scheiß ernst das wirklich ich nicht mein fucking ganz ne komm hier hier was betrug das geht nicht hier lange jetzt zehn punkte wenn ich habe ich dich komm ich habe schon kein bock auf das jetzt komm ein mann ach komm jetzt weiß ich was ist das für ein scheiß betrug betrug einfach betrug da ja warm so es es zu sehen um es klappt stellen komm herr oh mein nein scheiße das war das war nicht gut rache und das werde ich nicht ich bin nur dass er stimmt was ist das jetzt für den scheiß betrug das ist das betrug ich war auf den drauf der letzte der hier nicht dass man was ist das jedes mal höchstlich diesen keule kommt bitte kompeten die heilt dies war genauer zeugt auch kommen morgen warum hört auf mit der blöde gegenseitig gegenseitig ey ich sehe die weil wir kann ich hoffe ich sehe nicht mehr aus und wo ich sehe alter auch kommen jetzt aber ach komm jetzt mal ehrlich was ist das scheiße fuck ha 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 oh man ich kein bock mehr gleich ich bleib hier jetzt das war du bleibst hier ach komm man ey fuck das ist echt scheiße mir durch ich weg euch doch kein bock mal habe jetzt die befreitigung aber egal was nicht gefallen hat haben außen wir sehen uns in der nächsten weniger im sicher besucher so ein scheiß spiel ist das letzte zeit